Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei TopMaker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir uns einmal damit auseinandersetzen, was eure Monatsenergie für März 2024 ist und damit werden wir auch direkt gleich starten. Universum zeigt uns bitte einen klaren Ausblick auf die Monatsenergie für März 2024 für Stapel 1. Danke. Universum zeigt uns bitte einen klaren Ausblick und die beiden kommen trotzdem nach. Spannend. So, das ist sehr klar. Danke. Universum zeigt uns bitte einen klaren Ausblick auf die Monatsenergie für Deck Nummer 3 für den Monat März 2024. Und das ist aber auch Thema von euch. Meine Lieben, wer das noch nicht kennt, das hier funktioniert als Auswahlurakel oder PKPi, je nachdem wie ihr das dann nennen möchtet. Danach, dass ihr guckt, was von diesen Karten für euch den stärksten Reiz auslöst oder die Steine. Beachtet dabei bitte wirklich, dass wir hier im Kollektiv unterwegs sind. Das heißt, wir haben viel, viel, viel mehr Teilbotschaften. Das ist einfach ein sehr krasser Unterschied zu den Einzelsitzungen, die biete ich auch an. Da habt ihr oben einmal den Link dazu, wo ihr euch drüber schlau machen könnt, was für Format ich denn dazu anbiete. Der größte Unterschied ist einfach dazu, dass ihr tatsächlich im Kollektiv sehr viel selber im Transfer geht. Das ist etwas, was ich in der Einzelsitzung selber für euch dann übernehme. Und ihr habt natürlich das Thema in der Einzelsitzung da den Vorteil, dass ihr wesentlich mehr und leichter in die Tiefe gehen könnt. Hier ist es wirklich so dieses, dass ihr selber schon wissen müsst, mit welchen Themen ihr teilweise schon aufgearbeitet habt, wo noch andere Baustellen sein könnten. Das heißt, ihr braucht da schon eine Art von inneren Abbanding. So und das ist etwas, was mit Übung gut geht. Und, ne, sonst werdet ihr ja nicht alle hier fleißig vom Kanal mit dabei, aber wo ihr doch einen hohen Eigenanteil habt in Übertrag des auf eure Lebensrealität. Weil der große Unterschied ist eben halt auch, wenn ihr in Kollektiven zwar noch vertreten seid mit eurer Energie, sprich ihr habt noch Verbindung zu den Kollektivthemen, aber euch zum Großteil schon rausgearbeitet habt, dann sind diese Teilbotschaften einfach wesentlich stärker oder noch mehr im übertragenen Sinne zu sehen. So, das ist eben halt anders, wenn ihr jetzt wirklich noch im Kollektiv richtig voll noch drin seid und wirklich auch mit diesen Themen eng noch verbunden seid. Dann habt ihr wesentlich stärkere Präsenz von Anteilen in einem Reading. So, lange Rede, kurzer Sinn. In Kollektivlesungen habt ihr einfach das Phänomen, dass ihr viel, viel mehr Teilbotschaften habt. Das heißt, seid nicht verwundert, wenn euch mehrere Texte anziehen und dann ihr merkt, okay, hier, der Satz, der war für mich treffend. Da war es zum Beispiel was ganz anderes. Das sind so Schlüssel, kleine Schlüssel. Witzig, das wird auch die Schlüssel haben. Die dann quasi euch sozusagen die kleine Erkenntnis bringt, die ihr dann auch gebraucht habt, die euch inspirieren sollte. So, und ja, genau. Das nur kurz zur Erklärung. Ich räume dabei auf. Schaut dann unten einmal in die jeweiligen Kapitel, nachdem ihr in der Meditation einmal in euch gehen konntet. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis gleich. Hallo, Deck Nummer 1. Du hast dich für diesen süßen, kleinen Rosenquarz entschieden. So, jetzt stelle ich euch mal schauen. So, da haben wir es. Heute sieht man auch die Farbe. So. Rosenquarz haben ganz, ganz stark das Thema Liebe, Selbstliebe vertreten. Und da geht es wirklich um diesen sehr, sehr, man würde sagen hochschwingenden Aspekt. Also wirklich sehr rein. Sehr wenig, also eigentlich gar nicht zweckgebunden. Wir verwechseln Liebe ganz gerne mit, wenn du mich lieb hast, dann bekomme ich. Das sagt dieser Rosenquarz nicht. Rosenquarz lehrt nicht Kuhhandel, sondern der lehrt wirkliche, echte, wahre Liebe. Und die ist ganz grundsätzlich, nur um das mal ganz klar auszusagen, bedingungslos. Liebe, wirkliche Liebe hat nie eine Bedingung. So, Liebe ist, ne, und das ist ein sehr wichtiger Faktor. So, wir haben hier die Ruhe. Und ihr seht hier auch wirklich so die Sonne. Das ist entweder ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang. Ich würde fast schon sagen Aufgang. Bei Untergängen sind meistens, habt ihr dann hier schon diese dunkle Verfärbung, das ist mehr wie sie strahlt, ne, die Sonne geht auf. So, auf einen Zusammenbruch folgt oft ein Durchbruch. Bleibe ruhig. Dann schauen wir mal. Universum, zeig uns bitte deine exakte Ergänzung zu deinem ausliegenden Blatt. Das sind die alten dabei. Universum, zeig uns bitte deine exakte Ergänzung zu deinem ausliegenden Blatt. Die Tulpe. Die Kirsche. Oh, schaut mal, das ist auch hier das gleiche Farbschemata. Aha. Und spannend. Das hier ist das Glück. Das ist, also es ist nicht dieses überbordene, berauschende, sondern das ist dieses einfache, schöne, liebliche. Das ist die Schönheit und das Glück, das ohne, soll ich sagen, ohne Luxusartikel auskommt. Könnte man schon sagen. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, weiß ich. Aber wir verwechseln Glück manchmal mit, dass der wahnsinnig viel Geldmittel bereitstehen oder so. Das hier ist einfaches Glück. So, du hast genug zum Bezahlen, du hast genug zum Essen, du hast ein wunderschönes Haus, du hast tolle Beziehungen. Das ist, man nennt das manchmal, oder früher hat man das so genannt, dieses einfache, bescheidene Glück. So, weil das hier ist nicht mit Prunk und Protz vergleichbar, sondern viel, viel tiefer, viel mehr Ruhe, viel mehr Flow in natürlicher Bewegung. So, also das ist, das ist eine ganz, da gehst du gerade drauf zu im März. Wie schön. Aha. Und du hast hier spannend zu den Ahnen, hast du, hast den Ahnenbaum, den Weißdorn. Sehr, sehr spannend, meine Lieben. Und du kriegst ja mit der Taubtruppe nochmal, bleib auf deinem Weg. Egal, was da auch hier an Sturm vielleicht vorausgeht im März. Das ist ja sozusagen die Ruhe nach dem Sturm, sozusagen, die sich hier ankündigt. Du darfst rausstechen. Also wenn du da irgendwie jemanden hast, der da so gerade stichelt oder gestichelt hat, geht es Anfang, Ende, also Ende Februar, Anfang März. Wenn er so auftaucht und so ein bisschen grätzig ist mit dir, weil du demjenigen nicht so gut ins, wie soll ich sagen, du nicht so schön uniform bist, sondern du selbst. Das ist nochmal der Hinweis, bleib du selbst. Weil, total sweet, ne? Die Tulpen, die strecken sich hier alle zur Sonne. Und da geht da eine Sonne gerade auf. Mega. So, wir holen uns jetzt mal das Tarot dazu. Und wir werden zeigen uns die exakte Ergänzung, um deine Botschaft genau zu erfassen. So, du hast die vier der Münzen. Du hast da die fünf der Stäbe. Das ist der Ritter der Stäbe, der hier noch hockt, unterwegs ist. Das sind ein paar mehr. Du hast den Pagen der Stäbe hier. Du hast das Wuwei. Das ist eine Sonderkarte in diesem Deck. Den Pagen der Kelche. Die sechs der Kelche. Die sieben der Kelche. Ich habe aber noch, das passt noch drauf. Meine Lieben, ihr seht das jetzt vielleicht nicht. Ich korrigiere das gleich nochmal nach, dann seht ihr die Karten ein bisschen mehr. Wir haben hier noch die zwei der Stäbe, die fünf der Münzen und ganz zum Abschluss den Teufel. So, wie gesagt, ich korrigiere einmal das Kartenbild, schiebe das einmal rüber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, jetzt könntest du einen Ticken besser sehen. Der Teufel ist nicht ganz auf dem Bild drauf. Ich glaube, so geht es aber. So, also, ganz grundsätzlich. Es geht im März bei euch darum, die Ruhe zu bewahren. Ihr habt da durchaus Konflikt. Sehen wir hier auch mit dem fünfter Stäbe. Aber ihr müsst dieses Spielchen auch nicht mitspielen. Also, das ist schon wirklich, ihr könnt euch aus diesem Konflikt Reibereien auch selber rausnehmen. So, ihr müsst bei diesem, was hier da passiert, nicht mitmachen. Das ist für euch auch übrigens eine super wichtige Lernaufgabe. Also, ich bin ja schon vorhin auf die Bedeutung der Tulpe eingegangen. Wenn wir uns das mal angucken, du hast die Alten hier aus diesem Deck und du hast hier den Ahnenbaum liegen aus diesem Deck. Das kann sein, dass das bei vielen von euch Reste von einem Abendthema sind. Es kann auch sein, dass das ein sozusagen familiären Kontext stattfindet, weil wir haben hier die sechste Kirche auch. Das ist was mit einem inneren Kind oder mit alten Beziehungen. Das kann sehr, sehr, sehr gut sein, dass das bei vielen, vielen von euch sehr um Konfliktpotenzial innerhalb von Familien dreht oder um Lebensgeschichten, wo Konfliktpotenzial auftaucht, wo eigentlich etwas oder Konflikt auftaucht, wo etwas wiederholt wird als Handlung, was in deiner Familie ein Ahnenthema ist. So, und jetzt haben wir hier sehr, sehr spannende Dinge liegen. Wir haben ja hier den Rosenquatz liegen und wir haben hier so dieses, da ist auch Glück. Wenn du Ruhe bewahrst und diese Reibereien nicht damit einsteigst, du darfst dir das nämlich aussuchen. Du darfst auch genauso gut deinen Stab packen und weitergehen. Du musst nicht in diesem Konflikt mit einsteigen. So, das heißt nicht, dass du dich raushältst bei Entscheidungsfragen oder dass dir das egal ist. Und das heißt einfach nur, dass du in diese Machtkämpfe nicht einsteigen musst. Hier geht es um Macht. Ja, weil das verbrennt auch dein inneres Feuer. Das verbrennt deine Kreativität. Das erdimmt auch deine Inspiration und deine Einzigartigkeit. Lass dich nicht auf diese Machtkämpfe ein. Das brauchst du nicht. So, weiteres Ding ist, das ist sehr, sehr, sehr speziell, aber, weil diese Karte ist eigentlich eine besondere Karte. In diesem Deck. Da geht es wirklich darum, dass Ahnen, geläuterte Ahnen, also nicht die Ahnen, die noch irgendwo in irgendeiner Schleife feststecken und irgendwelche Themen noch selber haben. Sondern hier geht es wirklich um Ahnen, die sozusagen als Schutzpatronen funktionieren würden. Ja, das ist sehr speziell. Das trifft nicht auf alle hier zu. Aber wer da jetzt merkt, da macht es gerade Klick innerlich. Dann bist du da auch mit gemeint. Du hast Ahnen in deiner Linie, die dich unterstützen möchten bei diesem Prozess. So, und die machen sich gerade hierüber bemerkbar. Ja, weil die selber dieses Thema, weil dieser Konflikt, der hier auch sagt, der hat mit deinen Vorfahren zu tun. Das ist definitiv etwas. Da gibt es eine Verbindung zu der familiären Vergangenheit. So, und diese geläuterten Ahnen möchten hiermit unterstützen. Das heißt, wer sich jetzt hier zuhört und gerufen fühlt, mit Ahnen zu arbeiten im schamanischen Kontext. Das ist hier die Bestätigung. Okay, so. Was wir hier auch sehen, du möchtest sozusagen in die nächste Stufe. Du willst dein nächstes Kapitel aufmachen. Du willst richtig loslegen. Du willst auf die Reise gehen eigentlich. Du hast da echt Lust zu. Das, was du loslassen musst, du siehst hier nämlich mit dem Fiedermünzen, der kann nicht durch die Tür. Der Schlüssel liegt auf dem Fußboden. Der hat so viel zu tragen und zu schleppen, dass er den Schlüssel gar nicht aufheben kann. Und der eigentliche Faktor, um diesen Schlüssel aufhören, ist, lass die Machtkämpfe. Lass diese Machtkämpfe, die sich da auftun. Weil es ist wirklich nur ein Machtkampf. Es ist wirklich nur ein Gerangel von Menschen, die sehr in ihrer eigenen Perspektive gefangen sind. Das ist nichts, wovon du irgendetwas gewinnen kannst. Behalbe deine Kraft bei dir. Behalbe deine emotionale Energie auch bei dir. Weil das ist ein Kampf, der sich da wiederholt und wiederholt und wiederholt. Steigt da nicht drauf ein. Geh weiter. Das siehst du auch übrigens hier beim Pagen der Keche. Der behält seinen Kech bei sich. Der prüft, möchte ich da eigentlich drauf einsteigen? Möchte ich da nicht drauf einsteigen? Das ist insofern auch gerade so dieser hintere Teil ist sehr, sehr spannend, weil wir hier unten ja nochmal den Teufel liegen haben. Und du hast hier übrigens mit dem Wuwei, da geht es darum, um das Phänomen in den Fluss zu kommen. Und einer deiner Schlüssel, sozusagen in diesen Flow vollständig eintauchen zu können, ist diese Machtrangelei. Nennen wir das jetzt mal so als Arbeitstitel. So gut du die vielleicht sogar nachvollziehen kannst, sie sind Energieverschwendung. Und sie bringen dich aus diesem Fluss immer raus. Weil du ein Mensch bist, der sehr starke Emotionen hat. Ja, das macht zu viel mit dir in deinem Energiesystem auch, was Emotionen angeht. So, und dann kannst du nicht hier wirklich in diesen Fluss zurückkommen. Das hat viel damit zu tun, wie du als Kind aufgewachsen bist. Wir haben die Sechste Kech hier liegen. Das hat auch dieses Thema hier, das hat auch viel damit zu tun, weil sich das bewusst oder unbewusst auch an diese familiären Beziehungen erinnert. Bei einigen kann das sich auch um verletztes inneres Kind handeln, muss aber nicht bei allen. Das ist mehr ein, das hat viel hier mit der Bindungsqualität unter den Familienmitgliedern und vor allem diesen langen bestehenden Beziehungen. Und den Wertbildern, die daraus entstehen, auch den Bildern von dir. Wir sehen hier so dieses Gefälle, Kind, Erwachsener. Da sind auch Rollenbilder mit verknüpft. Das kann auch gut, gut, gut sein, dass es bei diesen Machtstrukturen sehr viel um das Thema geht. Ich möchte anerkannt werden. Ich möchte mich selbst behaupten. Und ich möchte hier nicht mehr von euch in eine bestimmte Rolle hineingezwungen werden, die einfach nicht mehr zu mir passt. So, der entscheidende Punkt ist, du wirst dieses Umdenken von diesem Menschen nicht bewegen können. Das Einzige, was du verändern kannst, ist deine eigene Haltung. Und hier zeigt dir das Universum, zieh da im März, wenn das hier auftaucht, zieh dich raus. Das ist Energieverschwendung. Das dimmt hier dein Feuer. Und das hindert dich dann sonst daran, dich hier auf diesen Energiefluss zuzubewegen. Und eigentlich bringst du ganz, ganz viel Kraft auf und hast eigentlich einen richtig guten Weg eingeschlagen mit dem Ritter der Stäbe. Weil du dich wirklich auf diesen, ich bewege mich im Fluss der Dinge zubewegst. Und das, das stört eigentlich dabei. Also behalt dein Zepter bei dir, behalt deine Macht. Gib dir nicht an jemanden ab, der meint, ich muss einen Wettkampf da drum machen. Brauchst du nicht mehr drauf einsteigen. Klingt jetzt sehr abgedroschen und einfach. Weiß ich. Ist in der Umsetzung wesentlich schwerer. Aber das ist hier so quasi, Entschuldigung, der Kernpunkt, der hier zu liegen kommt. Was wir hier hinten haben. So. Du bist insgesamt in einer Situation, die auch sehr fordernd ist. Du stellst gerade deine Weichen. So. Beziehungsweise hast, glaube ich, schon entschieden, welchen Weg du gehen möchtest. Was mein Eindruck hier ist. Weil hier oben über den Berg blickt und das Ganze überblickt. Wir haben hier den Teufel mit den ganzen Verstrickungen. Wir haben hier unten diese riesige Belastung. Das ist eigentlich mit dem Fünfter Münzen. Ist das auch so ein bisschen so dieses, ich fühle mich ausgeschlossen vom Geldfluss. Ich fühle mich, bin irgendwie in einer Mangelsituation. Wir haben hier die sieben der Kelche mit. Eigentlich ist das die Qual der Wahl. Aber hier ist auch die Überforderung übertont. Gerade die emotionale Überforderung. Deswegen super, super, super wichtig. Ruhe bewahren, rausziehen aus diesem Machtkampf. Bei dir bleiben. Um den Überblick zu behalten und zu sondieren, dass du auch auf deinem Weg bleibst, ist es für dich ganz wichtig, darauf zu achten, dass du dich nicht in diese Kämpfe verstrickst. Gerade wenn es um diese Mangelgeschichten geht. Es kann sein, dass das hier auch Vergleiche sind. Von wegen, ich habe mehr, weil ich mache ja den super duper Weg. Du hast einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen. Kann auch so sein, dass das vor einigen von euch zutrifft. Gerade weil es hier darum geht, seinen eigenen Weg zu gehen und tatsächlich aus der Messe herauszuragen. Das spricht schon dafür, dass du sehr individuell im Vergleich zum Rest der Familie bist. Lass dich nicht von den Aufgaben, die da im Laufe des Monats kommen, überrollen. Und pass auf, weil das hier bei einigen so dieses Thema ist, Rollenbilder, festgeschriebene Rollen, aber auch bei einigen so dieses Thema innere Kind und Verletzung des inneren Kindes mitschwingt. Da werden nochmal durch diese Handlung selber, werden auch nochmal Prozesse losgetreten, die so ein bisschen sich anfühlen, wie ich habe so viel zu tun. Da gibt es so viele einzelne Faktoren. Ich ertrinke regelrecht da drin. Das ist eine Überforderungssituation. Versucht euch nicht zu sehr da drin reinzugehen. Auch dann zählt Ruhe bewahren. Es ist besser, sich emotional rauszuziehen dann und einfach zu dokumentieren, was sind die einzelnen Möglichkeiten, was sind die einzelnen Ziele, sprich schreiben. Und dann zu priorisieren und auch dabei zu berücksichtigen, wo ist mein Weg eigentlich dabei, wo bin ich vertreten und was wird mir von außen eigentlich aufgedrückt. Auch da darfst du nochmal sondieren, weil das ist hier wirklich so ein kleiner Stolperstein für dich im kommenden Monat, weil du dich in dem Heilungsprozess, der damit auch zu tun hat. Das ist ein indirekter Prozess, weil du sozusagen viele kleine Aha-Momente hast. Das kann sein, dass du dich da drin ein bisschen verhedderst, dass es sich danach anfühlt. Und dann ist dir auch geraten, versuch ruhig zu bleiben. Versuch da einen Schritt rauszutreten wieder und insbesondere, weil wir hier dieses Emotionale so betont haben. Versuch diese emotionale Tiefe, dich da, versuch wie der Page hier, über den Wellen stehen, nicht sich davon runterziehen zu lassen oder tatsächlich überwältigen lassen. Über den Emotionen schweben sozusagen. Achte auf deinen Mond, achte auf deine Gefühlswelt, sei da liebevoll, respektvoll mit dir selber. So, auch wenn du hier eine hohe Belastung spürst, gerade dann wird das wichtig. Der Rosenquarz ist hier drin, weil das so eine wichtige, wichtige Form von Selbstversorgung für dich ist. Diese Achtsamkeit, so, das ist ganz wichtig, weil das, ja, du dich verzetteln kannst. Das ist hier dieses Verstricken, Verzetteln eher, in dem Fall. So. Und das kann auch durchaus sein, dass du ganz, ganz viele einzelne Elemente in deinem eigenen Heilungsprozess verstehst. Ein Aha, ein Moment nach dem anderen, aber auch da innehalten, so, weil du brauchst auch Zeit zum Regenerieren, ne? Und dieses immer tiefer Verstricken, das ist zwar nachvollziehbar, aber das ist etwas, was das Ganze zu viel macht. So. Wir holen uns nochmal das zweite Deck dazu und dann schauen wir mal, ob da noch Ergänzungen zu kommen. Universum, zeig uns bitte letzte Erkenntnisse der Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Die beiden sind gesprungen. Wir haben den König der Münzen und wir haben die sieben der Kelche. Dann nehmen wir noch, ah, okay, gut. Da geht's auch um den wirtschaftlichen Erfolg. Das ist noch ein Thema, gerade weil das macht Druck. Es kann auch sein, dass dir jemand Druck macht. Dass da jemand sich hinstellt und sagt, hier, ich erwarte, dass du dieses oder jenes tust. Oder ich habe, als ich so alt war wie du schon längst, bla, bla, bla. Das soll jetzt nicht abwertend sein. Ich will das jetzt nur einmal so ein bisschen, äh, will ich zu viel von eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ich will das ein bisschen reduzieren. So. Das Ding ist, nee, wir nehmen da nochmal eine Erklärungskarte zu. Und da kommt sie schon. Ja. Also, das Ding ist, wenn das jemand ist, der da Druck macht, dann ist das aller Wahrscheinlichkeit jemand mit einer sehr männlichen Energie eher. Das ist definitiv jemand, der sich entweder verhält, als wäre er älter oder auch älter ist. Ähm, doch, das ist irgendeine Art von Familienoberhaupt eigentlich. Ähm, grundsätzlich ist der eigentlich auch wohlwollend dir gegenüber. Ne, so ist das nicht, ne, aber, ähm, das ist auch gleichzeitig eine gewisse Härte. Ne, man könnte auch sagen, dieses, was du hier an Belastung mitnimmst, ne, was du da hier auch, ähm, ein Stück weit hier auf der emotionalen Ebene auch an Überforderung, die, die wird auch verursacht, weil da eine bestimmte Bewertung in deine Richtung läuft, ne. Und da wäre halt wirklich für dich wichtig, nochmal zu gucken, übernimmst du diese Bewertung eigentlich von dieser Person. Ne, weil letzten Endes, du hast auch hier den Schlüssel wieder liegen, so. Äh, da hast du auch den Schlüssel liegen. Also, du hast eigentlich, das sagt dir das Universum hier, du hast die Dinge selber in der Hand. Und du musst nicht unbedingt ausgeschlossen sein, nur weil jemand anderes dir das projiziert, weil er der Meinung ist, dass deine Lebensziele nicht erfüllt werden, ne. Oder, ähm, du zu wenig aus deinem Wissen zum Beispiel machst, ne. Das kann, das ist hier so dieses, da hat jemand ein Bild von dir, ich bleib dabei, das ist eine Form von ein Bild von dir haben, so, und, ähm, urteilt aufgrund dieses Bildes. Und da, da darfst du dich rausziehen, weil das andere Ding, was sie dir die Spirits nämlich auch sagen, ähm, das fühlt sich im Gegensatz zu hier, das ist die gleiche Karte, ne, das ist auch die siebende Kelche, aber das hier fühlt sich an, wie dieser Mensch hatte ganz andere Möglichkeiten zu seiner Zeit und hat die für sich genutzt. Du hast ganz andere Grundbedingungen, ne. Das wird hier nochmal ganz klar gesagt, du, du hast ganz, ganz andere Bedingungen, du hast eine ganz andere Auswahl an Dingen. Ja, und du sollst auf dich selber und deine Kreativität hören, weil das ist auch genau der richtige Weg. So, also hier kommt nochmal die Bestätigung mit der Königin der Stäbe. Du bist definitiv auf dem richtigen Pfad, lass dich da von, von dem nicht runterziehen, ne. Hab aber im Hinterkopf, der will dich eigentlich beschützen, so. Du darfst aber ganz gerne zu dieser Situation dein Danke sagen. Das ist dieses mit dem fünfter Stäben, du darfst dich aus dieser Art von Machtkampf rausnehmen und sagen, brauche ich nicht, danke schön, weiß ich, dass du das lieb meinst, aber nein, danke, brauche ich nicht. Das ist es eigentlich mehr, was sie dir hier zeigen, weil dieses, sonst wiederholt sich hier so Geschichten. Und wie gesagt, hier, ne, die Ahnen da, die können auch nochmal Hinweise liefern, ne, die, aber wie gesagt, die, äh, manche sagen geläutert dazu, die anderen sagen gelehrt, äh, gereinigt, gelehrte. Ähm, das sind auf jeden Fall nicht die Ahnenanteile, Ahnenlinienmitglieder, die, ähm, irgendwo noch ein Thema offen haben. So, ne, so, aber wie gesagt, nur für diejenigen, die das wirklich auch kennen und können. Für alle anderen ist das einfach, äh, ein Thema, das in der Familie vorhanden war und dass du quasi ad acta lehnen lernen darfst. So, meine Lieben, das war schon das Reading für euch für März. Wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Eindringungen? Wir holen in die Box rein, abonniert die Klappe, dass wir uns wiedersehen können und dann sage ich an dieser Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, Deck Nummer zwei. Du hast dich für diesen Opalite entschieden. Ähm, Opalite oder Opal, Glas auf Deutsch, ähm, das sind künstlich erschaffene Steine, ne, und wie ihr seht, die sind so schön milchig, ein bisschen opalisierend. Die werden mit der, ähm, mit Inspiration in Verbindung gebracht, aber auch mit Anziehungskraft. So, ähm, zu diesen Steinen ist aber zu sagen, genauso wie alle anderen Steine, die künstlich behandelt werden, ist super wichtig, wer damit arbeitet, in welcher Form damit gearbeitet wird, weil alles, was wir erschaffen, trägt eine Energie während des Erschaffungsprozesses, nämlich die, die wir da reinstecken. So, und die bleibt dann auch in so einem Stein durchaus mal drin. Es sei denn, man schafft das zu reinigen, was nicht immer geht. Ne, das ist eingeschränkt. So, ähm, das heißt, wenn ihr euch Opalite holt, solltet ihr euch damit klar machen, unter welchen Umständen die erschaffen werden, ne, wie menschenwürdig die Menschen dabei behandelt werden, insbesondere, ähm, weil das habt ihr dann in dieser Energie vom Stein mit dabei. So, in dem Fall, sehr acht sein, bitte sein. Ansonsten, wenn das ein Stein ist, der, ähm, aus einem Handel stammt, der wirklich okay ist, dann ist das ein Stein, der wirklich schön inspirierend ist. Der hat auch so ein bisschen dieses Mondähnliche, das kommt so ein bisschen drauf an, ob ihr eine Affinität für den Mond habt, weil bei einigen, ups, da fällt es tatsächlich runter, ähm, weil er bei einigen tatsächlich da auch noch so ein bisschen diese Verbindung zur Urwerblichkeit über diesen Mondaspekt nochmal verstärken kann. Ähm, das ist aber nicht bei allen so, ne, das ist dann wirklich bei denjenigen, die sozusagen diesen Schlüsselreiz nochmal brauchen, um sich sozusagen mit dieser Kraft nochmal zu verbinden. Nur so als kleiner Tipp oder als Anregung, woher das dann so stammen kann. So, lass uns weitermachen. Ihr habt hier ganz viele kleine Geschenke mit Erfolg. Heute ist ein wirklich guter Tag. Du bist im Flow. Probleme werden schnell und einfach gelöst. Hilfsbereite Menschen melden sich bei dir. Und unerwartete Geschenke fallen in deinen Schoß. So, und nehmen wir die mal hier mit rein. Ich glaube, das wird ein größeres Deck. Du hast das Risiko mit Nutze die Chance. Jedes Risiko ist ein Erfolg, wenn du dich dem Lernen und dem Wachstum verschrieben hast. Das bezieht sich auch darauf, du kannst eigentlich keinen fatalen Fehler machen. Viele haben unglaublich viel Angst davor, in irgendeiner Form einen Fehler zu machen. Bei den aller, aller, allermeisten Dingen sind die Fehler allerdings nicht so fatal, dass sie nicht reversibel sind oder dass man die nicht irgendwie positiv noch nutzen kann. Man sagt ja auch immer, so positives Lernen besteht aus einer Fehlertreppe, die nach oben führt, weil du nämlich aus diesen einzelnen Elementen Wissen sammelst. Nämlich, wie funktioniert es, wie funktioniert es nicht. Und solange du das als ein, hey, ich kann mich dadurch weiterentwickeln siehst, ist auch jeder Fehler kein fataler Misserfolg, der eine Bewertung über deine Person abgibt. Das ist nämlich das, was wir dann unbewusst machen. Wir bewerten uns in Wirklichkeit dann ab, wenn wir Angst vor Fehler haben. Dann ist das so dieses, ich habe das nicht geschafft. Ich bin schlecht, weil es ist leicht zu setzen. So, wenn wir allerdings versuchen zu erlernen, das als Erfolgstreppe zu betrachten, dann können wir nämlich uns sehr, sehr, sehr stark weiterentwickeln. Und dann sind Fehler ein Schlüsselfaktor für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für die Resilienz. Wichtiger Punkt. So, du hast deinen Körper hier mit drin. Dein Körper verdient deine Liebe. Hier haben wir Selbstversorgung als Thema. Spannend aber auch, dass das hier die gleichen Farben sind. Ui, hatten wir vorhin auch. Wie cool. So, du hast das Zuhören dazu. Menschen beginnen zu heilen, sobald sie sich gehört fühlen. Okay, also wichtiger Hinweis. Das kann sein, dass bei euch der Körper diesen Monat mehr Beachtung braucht, dass ihr da achtsam mit sein müsst. Dass ihr gut, bitte, bitte, bitte im März darauf achtet, wie es euch geht. So. Weil das sein kann, dass der ein Ticken zu kurz kommt. So, Universum, zeigt uns bitte exakte Ergänzung zu dem ausliegenden Orageblatt. Ja, du hast das Herz des Himmels. Du verwirklichst etwas. Wow. Und die Seelenrückholung. Ja, da haben wir ja auch den Punkt, weshalb das so anstrengend für dich ist. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Die Karte hatten wir heute tatsächlich auch das erste Mal. Das ist bislang noch nie gefallen, aber das ist eine sehr konkrete Info. So, Universum, zeigt uns bitte exakte Ergänzung zu dem ausliegenden Orageblatt. Um deine Botschaft genau zu erpassen. Die Distel hast du hier. Ach nee, doch, so rum. Witzig, ne? Ich wollte es eigentlich so rumdrehen. Feurig. Aber eigentlich ist es Wasser. Spannend. Gut. Du hast den Efeu dazu. Und den Basilikum. Und die beiden noch. Den Oleander. Und die Belladonna. Okay. Universum, zeigt uns bitte letzte Ergänzung zu dem. So, du hast die Sonne. Ich glaube, die soll auch wirklich so liegen. Hier hast du den Gehenken. Du hast da den Turm. Und die Königin der Kelche. Noch dazu. Nein, ich hast nur noch zwei. Wir nehmen die gleich nochmal mit rein. So. Also einerseits wird der März für dich ein echt positiver Monat, wo du dich ganz, ganz stark nochmal mit dir selber verbindest. Also das kann auch für einige nochmal der Aspekt mit inneren Kind zu tun haben. Muss es aber nicht zwangsweise. Wie sehr du den Monat genießen kannst, hängt auch ein Stück weit davon ab, wie gut du bei dir bleibst. Du brauchst definitiv zwischendurch Erholungsphasen. Hier aus dem Körper hergeleitet, aber auch daraus, dass hier der König der Kelche wirklich sitzt und meditiert. Und das ist Meditation. Meditation ist ein wirklich, wirklich, wirklich wichtiger Punkt, wo sich sozusagen alle deine Körper, sowohl die rein stoffliche Körperebene als auch die anderen Energiekörper gut nochmal akklimatisieren, schrägstich auch erholen können. Je nachdem, wie du in der Meditation arbeitest. Aber das hier ist wirklich gemeint, auch deine Emotionen bei dir zu behalten, in deinem Herzen zu verweilen. Das ist sehr spannend, dass wir hier das Licht haben, das in dir ist. Wir haben hier das Licht. Wir haben hier hinten beim Gehengten das Licht, die große Erkenntnis. Wir haben hier bei dem Turm im Hintergrund eigentlich auch das Licht versteckt. Also das Licht, das hinter dem Zusammenbruch versteckt ist. Wir haben hier die Königin der Kelche, die ganz umgeben ist von dieser Wasserenergie. Also diese tiefe Inspiration. Also bleib bei dir diesen Monat und öffne dich auch für das Glück, könnte man sagen. Versuch nicht von vornherein eine Situation bewerten, so würde ich sagen, weil das kommt, du ziehst das gerade an. Meint auch hier mit den Erfolgen, da geht es wirklich auch darum, nicht von Anfang an mit einem schlechten Mindset oder mit dem negativen Mindset in eine Situation hereinzugehen, weil du von vornherein die Situation schon in diese Richtung mit projizierst. So. Und versuch, selbst wenn du dann denkst, oh, ich habe hier Bammel, das könnte vielleicht schief gehen, weil es da Faktoren gibt, wo man sagt, oh, da gehe ich doch ein Risiko ein, versuch das wirklich erstmal dann vorweg, wenn dann so etwas sich auftut, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Guck wirklich rein, was da im schlechtesten Fall aber rauskommt, was du als Lerneffekt mitnehmen könntest. Weil es geht hier wirklich um dieses, versuch einen anderen Standpunkt zum Schaltern zu finden. Das ist extrem wichtig für dich. Was wir auf der anderen Seite sehen, ist ganz wichtig, dass du dir gerade selbst zuhörst. Du hast körperliche Signale mitunter. Das kann auch hier ausgelöst werden, weil du diese Kartenkombination hast. Das Herz des Himmels ist eigentlich eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu Universalkräften oder zu der Universalkraft, besser gesagt. Damit ist eigentlich ein Konzept gemeint, das wir in einem anderen Zusammenhang als Void kennen. Das ist sozusagen der Zustand von allen Dingen, bevor sie sind, mit der gleichzeitigen Kombination, dass sie sein werden, weil du sie in die Realität bringst. Also es ist genau der Kern, auf den Künstler zugreifen. Unter anderem. Also nicht nur die machen das, aber da ist es am stärksten vertreten und da kannst du es am deutlichsten erkennen. Denn du hast gleichzeitig aber jetzt etwas, wozu sozusagen ein verschütteter Anteil, die Seelenrückholung, ihr müsst euch vorstellen, die Seele, die kann nicht wirklich gespalten werden. Das geht gar nicht. Du kannst Energie nicht wirklich spalten. Du kannst sie nicht trennen, weil sie ist nicht trennbar. Das ist eine räumliche Illusion, die auch nur dann funktioniert, wenn wir räumlich sind, sprich, wenn wir inkarniert sind. Ich hoffe, ich kann das jetzt einfach genug runterbrechen. Wenn ich bitte einmal dann in den Kommentaren reinschribe, weil das ist eigentlich ein komplexes Thema. Die Seelenrückholung im schamanischen Kontext, das ist darauf bezogen, dass wenn wir, da tritt es am häufigsten auf, dramatische Erlebnisse im Laufe unseres Lebens haben, wir durch das Erlebnis sozusagen eine Art Erstarrung erleben, manchmal auch, dass unsere Psyche versucht, die Situation zu verdrängen, abzudeckeln, zu negieren, weil wir in dem Zustand, in dem wir da waren, zu dem Zeitpunkt psychisch nicht fähig waren, diese Verletzung, das Traumata, selber auszuheilen. Das heißt, es wird etwas sozusagen gedeckelt. Das ist das, wo deine Psyche etwas zumacht, wo auch Dinge entstehen können, wie dass du dich zum Beispiel an bestimmte Teile deiner Kindheit nicht erinnerst oder Erinnerungsstücken sind so ein klares Zeichen dafür, dass da irgendwas passiert ist. Was hier mit gemeint ist, ist, dass von selbst ein Anteil, den du im Laufe deines Lebens sozusagen über diesen Weg, den ich eben beschrieben habe, vergessen hast, zurückkommt. Das ist körperlich anstrengend. So, nicht wundern, ich habe da einmal kurz den Akku schnell wechseln müssen. Also, wie gesagt, das hier ist richtig körperlich anstrengend. Das kommt drauf an, wer du bist. Das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Unterschiedlich anstrengend, wollte ich sagen. Aber genau das ist es. Vertu dich da nicht. Nur weil dein Verstand sozusagen einen Haken unter dieses Ereignis setzen kann, heißt das nicht, dass es dein Körper das auch tut. Traumata wird mitunter anderen im Körper gespeichert. So, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr da wirklich in euch reinhorcht. Hört euch selber wirklich, wirklich gut zu und achtet auf euch in dieser Zeit, weil ihr könnt das überwinden. Ihr kriegt da eine hohe Widerstandskraft. Ihr entgiftet euch selber, weil ihr diese Heilungsreise macht und ihr bekommt auch die Unterstützung dazu. Aber das ist anstrengend. Das kann sein, dass da für viele von euch körperlich ihr dann mehr zu Krankheiten neigt, ETC, weil das wirklich eine richtige Herausforderung ist. So, das ist das eine. Das andere ist auch, das kann auch sein, dass das erstmal viel zum Verarbeiten ist. Also wäre es klug zu überlegen, ob ihr euch zusätzlich Unterstützung holen möchtet. Das sei nur an der Stelle auch gesagt, weil auch so etwas entstehen kann durch so ein Zurückkehren. Ganz sachlich ausgedrückt würde man in der Psychologie sagen, oh, das kann sein, dass da eine Art Retraumatisierung auch stattfinden kann. Wenn das blöd läuft. Das trifft auf ganz, ganz wenige von euch zu, wo das passieren könnte. Aber weil das passieren könnte, sage ich das jetzt einfach. Wir sind hier in einem öffentlichen Reading. Ein kleiner Hinweis an euch. Das kann tatsächlich sein, dass da etwas ist, wo ihr doch ein, zwei Begleitungsmomente braucht. So, je nachdem. Aber das horcht ihr bitte in euch selber rein. Lauscht da wirklich hin und überlegt selber, ist da richtig leidensdruck jetzt gerade dadurch da. Ist da wirklich Bedarf? Wenn Bedarf ist, ja, gut, dann wirklich weiter versorgen, ernst nehmen, Unterstützung noch zusätzlich holen. ist da gar kein Bedarf in Ordnung. So, ne? Aber wirklich reinhorchen. So, nicht von wegen, ich muss hier eine Leistung abliefern. Das, Heilung ist nicht an Leistung gekoppelt. Heilung ist an Heilung gekoppelt. Klingt jetzt blöd. Es tut mir leid, aber Heilung ist ein Prozess. Das ist nicht eigentlich crushed durch. Wäre nicht gut für euch. So, ja? Und ihr habt da wirklich, ich meine, ihr seid mega inspirierte Menschen. Ihr habt da so viel großes, großes, großes Potenzial, ne? Und wie gesagt, ihr werdet sehr viel stärker durch diese Situation. Ihr überwindet das auch selber. Ne? Ganz klar. Das ist wie ein Gift, das entfernt wird. Dadurch. Aber es ist auf jeden Fall knackig. So, jetzt gucken wir uns mal die letzten beiden Karten an. Ihr habt den Pagen der Münzen und ihr habt die Achterstäbe. Das wird super schnell gehen. Das kann echt sein, dass das sogar am Anfang des Monats schon passiert und dass euch dadurch aber auch gleichzeitig ganz, ganz viele Möglichkeiten eröffnet werden. Wir sehen hier mit den Pagen der Münzen viele, viele, viele Möglichkeiten, etwas zu materialisieren. Du musst es dann nur tun. So, ähm, und dadurch, dass ihr hier Schutz habt, ne? Also ihr bekommt da Unterstützung. So. Ist trotzdem aber wichtig. Also, ne? Das kann wirklich sein. Der größte Teil von euch schafft das selber. Ähm, ähm, aber achtet wirklich darauf, dass ihr eure Perspektive zum Scheitern ändert. Ne? Achtet wirklich genau darauf, mache ich gerade Leistungsdruck zu funktionieren? Und was meldet mir und was meldet mir mein Körper zurück? Und dieses, was ihr, was ihr da als Frage habt, was meldet mir mein Körper zurück, das könnt ihr übrigens mit jeder Ebene machen. Was melden mir meine Emotionen zurück? Was meldet mir mein Verstand zurück? Was ist auf diesen Ebenen gerade los? Das wird wichtig für euch. So. Und wenn ihr das berücksichtigt, wenn ihr da ein guter Zuhörer seid, ne? Dann wird das auch ein, zwar anstrengender, aber sehr erfolgreicher Monat, was das angeht. So. Lass uns nochmal reinsehen, ob da nochmal letzte Ergänzung zu kommen. Und ja, schau ran. Ja. Also, das ist schon etwas, was direkt reinkommt. Du hast ja die Neun der Münzen und du hast den Stern. Folge deinem Weg. Das wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr erfolgreich sein. Ne? Du hast hier Fülle. Du hast hier Luxus liegen und du hast den Star, den Star, also den Stern mit, Stern ist ja nicht nur Hoffnung, der Stern ist auch herausragend sein in dem Bereich. Ne? Also, das ist wirklich auffällig sein. Jemand, der im Mittelpunkt steht auch. So, du hast den Eremit. Das bezieht sich aber hier wieder eher auf den Körper dafür. Dass die vier der Kelche liegen. die Sonne, ja. Und das Ass der Münzen. Also, achtsam sein in ich bin noch nicht schnell genug. Wenn dieser Gedanke auftaucht, wirklich, wirklich aufpassen, woher das stammt, weil das ist eine Art entweder ich darf keine Fehler machen. Ne? Das hat was mit Bewertung von Risiken, von Fehlern, von Scheitern zu tun. So, konzentrier dich auf die Art und Weise, wie, das ist ja fast schon mit der Sonne, so dieses, konzentrier dich auf den positiven Effekt dabei. Man könnte aber auch sagen, weil wir hier Kinder hier auch prägnanter da drin haben. Damit ist nicht gemeint, dass ihr das alles so rosarot wie mit Blümchen gar nicht sozusagen sehen solltet, sondern Kinder haben eine sehr coole, fast schon sportliche Art, an Projekte heranzugehen. So, und dadurch lernen Kinder viel, viel mehr über sich selber und über ihre Fähigkeiten und Kompetenzen. So, das ist dieses wenn ihr Kinder dabei beobachtet, dass sie immer und immer und immer wieder das gleiche, den gleichen Prozess durchspielen und das letzten Endes am Beispiel Bauprojekt alles zusammen einbricht. Die Kinder sind nicht gefrustet, die haben einfach Lust dazu und experimentieren im Grunde genommen mit den Naturkräften in dem Moment, wo sie es einstürzen lassen. Viele machen das auch bewusst. Die bauen den riesigen Turm auf, weil sie einfach Lust dazu haben, das Ding wieder einreißen zu können. Das ist eine spielerische Herangehensweise. Das ist keine, es wird negativ herangehen. So, und der entscheidende Punkt ist auch, was mir noch an diesem Rand mit einfällt, weil es hier gerade um Manifestationen geht, weil das nämlich das erste Münzen auch hier wieder. Die Möglichkeiten sind unendlich in Wirklichkeit für dich, weil du manifestierst. Wenn du aber aufgrund deiner Konditionierung, du hast ja eine Lebensgeschichte, du bist mit anderen Erwachsenenbildern groß geworden, mit Wertvorstellung, wie was im Leben zu funktionieren hat, die nehmen wir unbewusst mit. Und wenn eine davon halt prägend ist für ich darf zum Beispiel keine Fehler machen, ich kann mir keine Fehler erlauben, oder aber auch Welt hat mir beigebracht, oder Umfeld X hat mir beigebracht, dass wenn ich dieses oder jenes tun werde, dass das und jenes folgt, dann ist das etwas, du hinterfragst das in dem Moment nicht. Ja, dann ist das etwas, wo du sagst, das wird so sein, aber du unterfragst nicht, wird das auch wirklich so sein? So, und das ist das, was wir dann Glaubenssatz nennen. Das ist etwas, was nicht reflektiert wird, was aber als sozusagen fixe, fixe Regel für das Leben halt übernommen wird. Das Ding ist aber auch, du könntest genauso gut, wenn du so einen Moment reintapst und sagst, boah, das wird sowieso nicht funktionieren, innehalten, dich daran erinnern, hey, eigentlich habe ich den Zugang zu allem ist möglich, deswegen hast du mich auch den Eremit hier liegen, da geht es nämlich darum, zieh dich in dem Moment von deinem Umfeld zurück, von deinen Menschen, weil die nämlich diese, dieses Mindset auch mit, wie soll ich sagen, besteuern. Also verstärken ist es eher. Also hier ist wirklich so, spür dich selbst, bei dir, du, du, bei dir sein, nicht in Kontakt mit anderen Menschen, wirklich Zeit für dich dann nehmen, weil das ist ganz wichtig und da selber Klarheit draus, so, bei Dogan, für dich. Und das kannst du nicht, wenn alle um dich drum herum museln oder dann am besten noch irgendwas von dir wollen und dich total aus diesem Prozess auch rausholen. Weil das Ding ist, du kannst auch genauso gut durch diese mega starke Intuition und durch diesen Schutz konntest du auch einfach mal rein spüren, ist das von der Situation, dass man das Risiko identifizieren könnte, ist das, was ich vermute, was da kommt, auch das, was ich spüre da drin. Was spüre ich da? Was nehme ich wahr? Nehme ich Potenzial wahr? Nehme ich Entwicklung wahr? Oder nehme ich Angst wahr? Nehme ich Verlust wahr? Nehme ich Verlust wahr? Weil das ist nämlich dieses, was du damit selber dann auch projizierst. So. Und das wird sehr, sehr wichtig diesen Monat für dich. Aber wie gesagt, grundsätzlich hast du hier den Luxus liegen und das wirklich herausragend in der Situation zu sein oder mit dem, was du da manifestierst. Das ist das, was sie dir hier das Universum so sagen. So, meine Lieben, das war schon die Lesung für euch. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit dem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Wir munten in die Box rein. Wenn ihr Lust, Interesse an einer Einzelsitzung habt, da oben habt ihr den Hinweis dazu, da könnt ihr gerne rein stöbern. Ansonsten drücke ich euch ganz doll die Daumen. Gerade was das hier angeht, das werdet ihr schaffen. Der ebliche Teil von euch. Und der andere von euch, der hat ja hier Unterstützung. Der findet sicherlich den Weg. So. Ja, genau. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Hallo, Deck Nummer 3. Du hast dich für diesen kleinen Eisenquizel, Eisenquarz entschieden. Ich stelle ihn euch mal schärfer. Genau. Eisenquizel, wie ihr das schon hört, das ist Eisen, das in Quarz eingelagert ist. Der wird gerne als Lernstein genutzt, weil mit dem Thema Eisen und Quarz, da geht es einmal um diesen Aspekt der Klarheit, auf der anderen Seite aber auch mit Eisen und Durchsetzungsvermögen, Durchhalten, verwechselt Durchhalten nicht mit Aushalten. Aushalten ist was anderes. Das liegt leider dicht beieinander und wird deswegen gerne in unserer Gesellschaft miteinander synonym verwendet. Das ist aber überhaupt nicht das Thema dieses Steins. Aushalten hat viel mit, ich opfer mich auf. Und da muss man die Frage stellen, warum und für was? Und wird das jetzt auch wirklich nötig? Das hier ist wirklich ein, ich wende die Disziplin auf, um etwas konstant zu tun, nämlich in dem Fall primär lernen. Deswegen, das ist ein total beliebter, bekannter Lernstein eigentlich. Verwendet übrigens auch meine Tochter. Das nur für die Eltern unter euch. Wechsel deinen Kurs hast du hier. Und zwar mit einer geschlossenen Tür ist eine Einladung des Lebens, sich in eine noch bessere Richtung zu bewegen. Es ist Zeit, den Kurs zu ändern. Dann bin ich mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Heute erlaube ich dem Leben einfach zu sein. Du hast die Einfachheit. Ah, okay. Nur weil manche Leute vom Drama angetrieben werden, heißt das nicht, dass du dem Aufmerksamkeit schenken musst. Mache dein Leben zu einer dramafreien Zone. Du hast den Frieden. Und ein langer Spaziergang tut der Seele gut. Gehe nach draußen und lasse dir von Mutter Natur deine Stimmung. anheben. So. Dann nehmen wir uns mal die beiden Orakel-Decks noch dazu. Universum, zeig uns bitte exakt deine Ergänzung zu der ausliegenden Botschaft. Das sind zwei. Nehmen wir die mal mit. Da hast du die Zähnung des Windes und den Kolibri. Haha. Guckt euch mal die Farben hier an. Da sagt er schon, wo seine Kraftquelle ist. Oh, das ist so cool. Universum, zeig uns bitte exakt die Ergänzung zu dem ausliegenden Burakeblatt. Die möchte, dass die Vogelbeere, ich will mir Meere sagen, ich weiß, falsch. So, das Maiklackchen, die Zitrusfrucht und den Klee. Okay. Gut. Und dann nehmen wir uns aber noch das Tarot mit dazu. Nee. Doch. Zeig uns bitte deine Ergänzung. Die Sieben der Kirche, die Acht der Münzen, der Einsiedler und die Neun der Schwerter. Lassen wir erst mal so und holen es nachher nach. Also, das hier, die Zähnung des Windes, das ist viel Verstand, viel Mindset. Das ist aber auch ganz viel Bewegung. Das Element Luft ist eins der Elemente, das mit am schnellsten sich bewegen kann. Das ist auch eins der Elemente, das viel Wissen in sich trägt. Das kommt auch so aus dieser Ideologie mit den Windgeistern. Dass der Wind über die ganze Welt fährt und die Botschaften und Erfahrungen der Länder zu dir tragen kann. Der Wind selber, da geht es in diesem, könnte man sagen, dass ein Mindset manchmal vorhanden, das wie so ein Sturm ist. Da geht es wirklich darum, dieses Unbändige oder die Gedankenräder mit zu zähmen, zur Ruhe zu bringen. Sich bewusst damit auseinanderzusetzen, sich nicht nur wie so ein Spielballer zu bewegen, sondern wirklich ganz klar zu sagen, nein, das hier ist mein Verstand, mein Kopf, ich bestimme hier. Und da ist das ganz viel hier im März los, ganz, ganz, ganz viel. Und da geht es ganz viel um Veränderung auch. Deswegen hast du hier diesen Wechsel den Kurs. Das macht vor allem bei dir wirklich was als Gedankenkarussell. Und gerade weil du hier das Mein Glöckchen liegen hast, das Mein Glöckchen ist nämlich eigentlich die Geschichte von, es muss etwas ausgesprochen werden. Es muss etwas, was auf einer emotionalen Ebene ist, was tief als Bedürfnis verankert ist, muss auch ausgesprochen werden. Hier geht es für dich im März darum, gerade auch deinem Umfeld gegenüber sehr klar zu werden, sehr klar auszusprechen. So, das, was du möchtest, was du nicht möchtest. Ja, und hier wird sich ja schon drauf bezogen, du musst nicht das Drama anderer Menschen mitspielen. Mit Drama ist nicht gemeint, dass jemand, der Ärztathilfe braucht, weil er sich selber nicht helfen kann, dass dem Hilfe verweigert wird. Und Drama meint hier dieses Aufgebauschte, viele interpretieren, viel größer machen, als es wirklich auf der Sachebene wäre. Viel Aufladen mit Emotionen, viel Aufladen mit Vermutung. Das sind Dinge, wo man eine Sache größer macht, als sie eigentlich ist. So, und dadurch entsteht dieses Phänomen von, es ist Drama da. Es ist immer ein Theaterstück, das gespielt wird. Und es ist ganz wichtig für dich, dass du lernst, aus diesem Theaterstück auszusteigen. Weil du musst nicht teilhaben davon. Du musst auch nicht immer der Zuschauer davon sein. Du kannst dich auch entschließen zu sagen, das ist eine Tür, die darf gerne zugehen. Weil es kann auch sein, dass da Drama ist, weil es dich darauf aufmerksam machen kann, dass das vielleicht gar nicht dein Weg ist. Sondern du vielleicht ganz woanders deinen eigenen Nährboden findest. Weil dieses Drama macht es unnötig auch komplex in deinem Leben. Das ist etwas, was es kompliziert macht, was es stressig macht, was viel Energie frisst. So, und diese Karte sagt auch, ta schaffe Klarheit. Tue das, was nötig ist, um Klarheit zu erzeugen. Wenn Reinigung dafür nötig ist, dann machst du das auch bitte. Weil das etwas ist, was einfach sonst wie so ein Unterton die ganze Zeit für Energieraub zum Beispiel sorgt. Unter anderem. Und du hast hier dieses Thema mit vereinfache es dir. Ja, du machst es dir komplex, wenn du das daran festhältst. Und wenn du sagst, es gibt nur diesen Weg. Nee, nee, da gibt es mehrere Wege. Vielleicht wäre es gut für dich, einfach Abstand dazu zu gewinnen. Gerade hier der Hinweis mit der Natur. Abstand von wer auch immer das hier mitproduziert. Und dann wirklich aus diesem Abstand zu gucken, wie kann ich es mir tatsächlich vereinfachen. Und vereinfachen ist hier nicht gemeint mit, ich lebe auf Kosten von Person X. Wenn wir sagen, wir machen es uns vereinfacht, dann ist immer so diese Bewertung oder bei vielen die Bewertung im Kopf plötzlich aktiv. Von wegen, nee, das darf ich nicht machen, weil dann bin ich ja faul. Das ist so unsere Gesellschaft, die leistungsgeprägt ist. Die belächelt das. Aber, wenn wir mal Tacheles reden, die wirklich, wirklich, wirklich guten Erfindungen, wie zum Beispiel nehmen wir einfach mal das Rad. Die sind entstanden, weil Menschen sich gesagt haben, oh, ich habe keine Lust, das in den Huck gepackt zu schleppen. Ich möchte es gerne einfach mal einfach machen. So, daraus sehen wir, da kommen auch richtig coole Sachen raus, wenn man sagt, ich möchte es mir einfach mal einfach machen. Habe ich mal verdient. So, und da öffnen sich andere Wege. In dem Moment, wo du beschließt, hey, es darf auch mal einfach gehen. Wenn, ich muss diesen Quatsch eigentlich gar nicht bei wohnen, weil das ist eigentlich Energie- und Zeitverschwendung. Ich komme gar nicht zu dem, was ich möchte. Ich kann dir gar nicht meinem Weg folgen. Dann merkst du nämlich auch, hey, was könnte es denn sein? Das ist auch dieses Hinspüren. Der Kolibri, das ist ein Hinweis auf, wenn das hier eintritt. Such viel die Natur auf. Du brauchst dieses Auftanken in der Natur. Was dir hier sehr deutlich gezeigt wird mit der Vogelmeere ist, du kriegst die richtige Inspiration zum richtigen Zeitpunkt, wenn du dich auch traust, hier Klarheit dir verschaffen zu wollen. Das ist die Voraussetzung dafür, weil du das nicht wahrnehmen kannst, wenn du es nicht aussprichst. Und es ist auch der Hinweis auf, egal wo du hingehst. Hashtag Türen schließen sich, neue öffnen sich. Egal wo du hingehst, du wirst immer dort zurechtkommen. Du wirst immer, das Beispiel der Vogelbeere ist halt, die kann überall fruchten, die kann überall wachsen. Selbst in den kargsten Regionen kann die wachsen. So, du wirst, egal wo du hingehst, wirst du zurechtkommen. So, entschuldigt, da war doch noch wofür schon mal. Also, sobald du das aussprichst, was dir eigentlich auch da in Gedanken vor schwebt, das ist, mach dir deine Gedanken klar und sprich es auch aus. Wichtig ist auch, reflektiere, wie du kommunizierst. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis für euch. Kommt überhaupt beim Gegenüber an, was du sagen willst? Sagst du wirklich das, was du möchtest? Oder hast du Angst vor Drama? Ja, ganz wichtig die Frage dieses Mal für euch. Weil sobald du das aussprichst, wirst du auch merken, dass da so eine Art, hey, ich finde mich, entsteht. So, da ist eine Art von Glück, eine Art von Erfolg, die auch darauf fußt, dass du selber alle Kompetenzen hast, um selber deinen Weg zu finden. Auch wenn du jetzt vielleicht keinen Plan hast. So, aber du wirst dein eigenes finden. Das kann sein, dass das sich hier bei einigen auch auf das Berufliche bezieht. Bei anderen ist das etwas, wo mehr dieses Thema ein Stück weit drin steht, Abhängigkeit von anderen. Und du hier noch so einen Weg hast, wo du aus eigener Kraft dir sozusagen deine eigene Basis, dein eigenes Leben aufbaust, erschaffst. Durch Handwerk, durch Unabhängigkeit, durch das, was du tust. Mit deinen eigenen Händen am häufigsten. Und dann machst du dir Sorgen. Also das kann gut sein, dass sich das hier bei vielen von euch um irgendwelche Bindungen sich dreht, wo man sich drin befindet. Irgendwelche Formen von Abhängigkeitsverhältnissen, die da eine Rolle drin spielen. Direkt oder indirekt, wo man sich abhängig vom Menschen macht. Auch wenn man vielleicht zum Beispiel selbst eine eigene Wohnung hat. Dass andere Familienmitglieder eine bestimmte Rolle spielen und man sich gar nicht weiterentwickelt, sich nicht traut, weil man hier dieses Drama so einen großen Fokus hat. Was hier einfach nur ganz klar drin ist, hier soll dir nochmal gezeigt werden, du machst dir zwar mega viele Sorgen. Du machst dir richtig, richtig krass viele Sorgen. Aber eigentlich brauchst du das nicht, weil du wirst Erfolg haben. Das ist diese einfache Art von Erfolg. Du wirst vielleicht nicht dieses mega krassen Luxus haben, die manche dann im Kopf haben, das nicht. Aber du wirst Erfolg haben und du wirst auch happy damit sein. Du wirst dich ganz stark weiterentwickeln dadurch. Was aber sein kann, ist, dass du dich eine Weile von den Menschen zurückziehen musst, die genau das hier produzieren. Und sei es nur, dass sie es irgendwann dann gelernt haben. Bei einigen kann das wirklich sein, dass es heißt, dass ihr euch dann halt tatsächlich auseinander bewegt. Na, aber so oder so ist es für dich wichtig, dich von dem zurückzuziehen, was dich hier so viel Energie kostet. So. Und das ist nochmal, wenn du Menschen in deinem Leben hast, und die sozusagen dieses Stück aufführen und dich zur Teilnahme zwingen, dann bringt dich das immer von deinem eigenen Weg ab. Und wie ihr seht, das Thema Weg taucht hier auf. Das taucht hier eigentlich auf. Hier haben wir Weg im Sinne von Verbindung. Die Bänder, die sich hier durchziehen. Also es ist schon etwas, das hat viel damit zu tun, erstens, wie du in Bindung gehst und zweitens, wie du deinen Lebensweg wählst. Und das hält dich eigentlich auf. Das ist etwas, was dich zurückhält. Was wie so ein Stäuberstein ist. So. Und das heißt nicht, Klarheit verschaffen heißt nicht, dass du die Menschen nicht wieder siehst. Aber das heißt auf jeden Fall, dass du dich von ihrem Einfluss entfernst. Das ist es halt auch. Es geht darum, dass dieser Einfluss beendet wird. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dass du die Ängste abbaust. Da sind nämlich Ängste. Das könnten auch sein, dass es, wie gesagt, das fühlt sich bei einigen, fühlt sich das an, als wären das die Existenzängste, von wegen ich kann nicht aus mir heraus bestehen. Doch, du kannst aus dir heraus bestehen. Auch wenn du keinen großen Plan hast. Der wird kommen, in dem Moment, wo du anfängst, das zu tun. So. Lass uns doch mal gucken, was da noch als zusätzlicher Input kommt. Ich glaube, das war jetzt noch nicht alles. Universum, zeig uns bitte letzte Ergänzung zu dem ausliegenden Blatt. Und das Boot statt vollständig zu erfassen, die Dinge zu erkennen, die wir hier noch nicht gesehen haben. Die Neuen der Kirche. Also du wirst glücklich dabei sein. Und gerade weil du Grenzen setzt, wirst du glücklich sein. Du kommst endlich mal bei dir an und du kommst auch in deine eigene spirituelle Schwingung rein. Dieser ewige Kampf da, der da eigentlich stattfindet oder diese ewige Traurigkeit, diese ewige Dramatik. Das kann ja auch sein, dass du da Menschen zwischen hast, die sagen, wie kannst du denn nur glücklich sein? Wie kann denn deine Energie nur hoch schwingen, weil ich bin doch so unglücklich? Das ist ein ganz typischer Satz. Entschuldigung, nein, nicht Satz, das werden sie so nicht sagen. Das ist eher ein, ja, das, was zwischen den Zeilen steht. Entschuldigt. Nichtsdestotrotz ist es genau das. Da wird eigentlich die Beziehung als Bewertung zu dir benutzt, um zu sagen, du schwingst mir zu hoch. Und da darf man sagen, nö, da hast du gar nichts zu suchen. So. Ja, und dein Erfolg ist davon abhängig. Es geht auch um das Thema Erfolg. Es geht auch um das Thema Stabilität. Das hat auch ganz viel mit, mit, deine eigene Stabilität wird auch davon beeinflusst, wird auch davon beeinflusst, was hier stattfindet. Und du musst dich ganz klar entscheiden und auch von den Strukturen trennen, die das hier fördern. Also zumindest geht es darum, das zu tun. Ja, und da geht es halt wirklich um Reisen, sich wegbewegen, aus der Situation entfernen. Und wenn das heißt, dass du erstmal im Moment alleine bist, das ist okay. Weil wie gesagt, es geht ganz, ganz fundamental darum, dass du deine Stabilität behältst. oder wieder in die Stabilität kommst. Ja. Und das wirst du auch pflegen. Das wirst du nicht einmal machen. Das ist jetzt in diesem Monat, hast du sozusagen den Aha-Effekt. Aber das ist etwas, was du dauerhaft aufbauen musst, wo du dich immer wieder entscheiden musst. Und du hast die drei der Münzen. Das ist eine ganz starke Weiterentwicklung. Und gerade weil du die acht der Münzen hast, also es kann sein, dass du dich beruflich nochmal weiterentwickelst oder eine andere Facette annimmst, dass da beruflich gerade viel noch passiert. Also dass es auf der Berufsebene so ist. So oder so wird das für dich wie so eine Art Level-up. Du wirst dich sozusagen weiterentwickeln durch dieses, dem Gebiete ich einhalte. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist jetzt wirklich ein Lernprozess, der findet sozusagen auf so einer mentalen Ebene bei dir statt. Deswegen ist hier auch diese Zähmung des Windes so die Schlüsselkarte eigentlich in deinem Bild, obwohl das hier ja die Auswahlkarten waren. Gut, meine Lieben. Ganz viel Input für euch. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, gehen wir unten in die Box rein. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und wenn ihr Interesse an einem kleinen Reading habt, da oben haben wir die Einzelsetzung verlinkt. Da könnt ihr euch gerne einmal reinschnuppern, ob das was für euch ist. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares und schönes Wochenende. Und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020